Musik 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 Schauen Sie mich drauf, die Hunde tun überhaupt nichts, keine Sorge. Die sind total hoch erfreut und die Kleine mag Kinder so gern. Schauen Sie mal, ist das ein Bub? Ja. Schauen Sie mal, wie er sich freut, er lacht über sein ganzes kleines Gesicht. Der schaut aber aus wie ein Lausbuck, Sabine. Ist er schon einer? Ja, ja, ja. Schauen Sie mal, wie sich der freut. Vielleicht ein F hast, aber grad, da kommt jeder. Also das ist, die Zeit davon, braucht man sich wahrscheinlich nicht Trainer, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hat er hier eine Zecke? Hier, hier. Überall betaste ich ihn. Da sitzt sie neben der Irre. Das ist ja alle halt. Ich bin hier mit der Schnauze. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den? Ja. Achten, wenn man weiß, wie man sich dabei handelt. Ja. Alles leuchtet wunderbar frisch und grün. Hier ist dieses salzte, charzte Grün. Das ist vom Feinlichen. Hier ist das halte Salz. Jetzt kann man wieder umkehren. Ha, 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 ha. Ja. 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 So ein Zufall, was machst du denn hier? Ich bin Gauner. Ich komme gerade von da unten. Ich bin Gauner auf der Spur. Bleib doch sitzen. Ich bin Gauner auf der Spur. Mäuslein. Schau mal, wie der Peter traut. Ich schau, wie der Peter traut. Sein Leben vergeht. Er geht zu Ende. Schau dir doch mal das Peterlein an. Ich kann verwirken und mal weinen. Schau dir das mal an. Ja, ich sehe es doch. Lässt sie nicht ändern, Miriam. Ich muss es ihm aber schön machen. Das hat er verdient. Der hat eh so einen traurigen Schicksack. Aber das ist doch eine Traumkulisse, Pferde. Guck mal diese Wölklein da an. Die sind das Allerfeinste heute. Alle kleine geballten Wölklein der Welt haben sich da am Horizont versammelt. Das geht wieder, gell? Du schreist das so. Du ziehst du mir ein Küsschen. Ein Küsschen. Schauter. Unser Rügel schauter. Was freut dich da so? Was freut dich da so?